moin moin liebe leute ich grüße euch zu einer weiteren folge ls 17 nordrhesische marisch 1.5 raps ernte großen stil guck an er meint jetzt seine aufgabe weil dann entlassen dann wollen natürlich mal gucken wie kommen denn die rein die drescher kommen hier rein der hat hier noch zwei bahn vor sich der andere hat noch zwei bahn vor sich der dreht jetzt hier vorne ab ich stehe noch fast erst mal ich weiß nicht hier mit rein der schönen parallel ist mit dem john deere so ein paar reinsteigen und wir fahren mit ihm mit ich weiß nicht wo er jetzt hin will wir machen den john deere leer man sollte aber auch sehen dass wir die klasse noch vorm ende des feldes leer bekommen weil sonst ist es blöd also wenn der kurs bei helfer da ist nicht so schlimm dann sehen wir es nicht aber wir wollen nicht durch getreide fahren beim ab und an ja da fährt er doch schon 90 prozent ist auch gleich voll das sind bei dem ja mal gerade 3000 also die wir jetzt hier noch rein bekommen aber so läuft also raps ernte kommen das ganze ganze map gerne machen und ein paar mehr drescher mit ein paar mehr verhelfern noch besser eingestellten kurs play aber ab jetzt wollen wir eigentlich nichts mehr machen ein bisschen abwunkern da ist auch gleich vorbei hier hat noch eine bahn zurückzufahren wohnt aber nicht und fahren dazwischen weil wir fahren gerade nur ein bisschen sinnlos diesel hier durch die gegend nicht dass wir noch ein fahrverbot kriegen wo auf unserem eigenen feld hier können wir so viel sinnlos rumfahren wie wir wollen und da drüben wieder das vergessene feld ne das hätte ich schon wieder fast vergessen wenn ich es jetzt nicht gerade sehen würde das feld wird doch auch uns die 28 und wie es aussieht ist auf der 28 auch raps stimmt ja gar nicht dass das das letzte rapsfeld ist haben wir noch mehr Felder sonst vergessen also wir haben noch Hopfen das weiß ich bei der Brauerei dann brauchen wir auch dringend schöner natürlich wäre es jetzt noch wenn es jetzt tagsüber wäre ich hau uns mal die Nacht durch damit wir vielleicht noch ein paar schöne Bilder zum Sonnenaufgang hier kriegen mit den vier Dreschern zusammen auf einem Feld so oft haben wir das Spiel ja nicht und das ist ja doch echt immer cool weil dann erreicht 71.000 verkaufte mich 45.000 Betriebskosten Fahrzeuge 144 Betriebskosten Gebäude Schnäppchen und 19.000 für die Tiere auch nicht mehr so viel liegt auch daran dass wir in letzter Zeit viele Schweine verkauft hatten so der Drescher da hinten ist voll der Einarmfahrer ist überfordert wundert mich jetzt aber auch mich war ein bisschen zu erwarten da kommt man so nicht hinterher warte mal der hat ganz komischen ganz komischen Follow Me drin gehabt so genau falsch rum oder was ah war genau falsch rum okay hier ist in Ordnung hab's verstanden ich speichere mal lieber kann ja nie wissen wäre zu ärgerlich wenn das ganze jetzt abschmiert hier weil wäre doch echt der Rechner zu kämpfen so wir nehmen den jetzt mit rein als Abfahrer für die letzten Bahnen der Boden ist so hart hier das macht gar nichts jetzt machen wir den noch leer weil wir sind gleich durch mit dem Feld die meisten Drescher aber wieder auf der falschen Seite ne der dürfte leer sein da hätten wir auch nicht mehr so viel übrig sein wie sieht das eigentlich aus bei unserem Sand- und Kieswerk brauchen wir denn hier Diesel damit wir so ein bisschen überlegen wie viel Diesel müssen wir herstellen hier sind nur 38.000 Kies eigentlich mehr ein bisschen mehr oft also das heißt definitiv hier wird kein Tropfen Diesel mehr drin sein weil die Überlegung war ja vielleicht noch schnell einen Graben dicht zu schütten es soll besser rüber auf Feld 28 kommen von 16 müssen wir nicht rundherum fahren weil rundherum ist echt eng dann können wir uns auch lieber eine kleine Feldüberfahrt schütten oder? aber mit nur so wenig dann war wahrscheinlich genauso viel Sand ne und das sind nur 38.000, 38.000, 76.000 dann kriegen wir glaube ich keinen Graben mit durch ne da ist gar nichts sogar drin ok das ist auch voll schöne Ladung Raps wir kriegen kein schönes Bild mehr scheinbar zusammen mit allen Dreschern hier wir könnten ja auch nur Kompost dicht schütten oder mit Stroh Stroh schön platt gefahren ist ja auch gut ja ist blöd nervt mich jetzt so ein bisschen dass wir da so wenig aktuell drin haben hätten wir über Nacht vorher ein bisschen Diesel da hingebracht da ist ja alles kein Ding gewesen dann hätten wir genug Kies produziert also müssen wir wohl oder übel doch Schneidwerke anhängen und rundherum fahren was ist denn dahinter noch für ein Fell das ist auch eigentlich Raps das wird sich dann ja echt anbieten ne ist gleich zu kaufen gegenüber es sieht auch so erntereif aus das große 27 wäre auch Raps gehört zwar noch nicht uns müsste gebüngt werden Geld hätten wir aber ne und da sind jetzt sehr geübt mit dieser Flotte hier kann ich mir noch ein bisschen überlegen auch ist jetzt fällt ja erntereif nüt nüt sehr cool auch das haben wir jetzt echt schnell geerntet ne und das genauso auf den anderen Feldern ich glaub das wird uns richtig richtig viel Diesel und richtig richtig viel Speiseöl bringen das ganze wenn wir das durchziehen würden ich muss noch mal gucken wie viel kostet das Feld 3 Millionen oder so das ist ein ziemlich großes Feld und so haben wir sie zumindest noch mal alle drauf oder weniger so dann geht's okay hier ist dann gleich alle wieder voll aber wir sind ja auch nicht einmal zwischen gefahren mit Abbunkern ne wir haben unsere ganze Kapazität hier voll stehen gleich und dann müssen wir noch sagen der eine der hatte schon eine Ladung drin der kleinste das passt perfekt die stehen alle außer der John Deere stehen auf der richtigen Seite was macht er denn so so dürfte für jeden für den Rest reichen und machen wir lieber nochmal den New Holland leer bevor der jetzt anhält und dann wir müssen jetzt nochmal vergleichen die Jetzt werden wir den hier nochmal leer machen, dann müssen wir hinten nochmal umswitchen auf den ersten Glas. Jetzt haben wir die drei ja doch nochmal wieder schön. In der Reihe nur ein bisschen weit auseinander gezogen, trotzdem schön, der jetzt noch losfährt. Neben der John Deere fehlt. Die kriegen wir auch noch voll hier. Das können wir jetzt entspannt so zu Ende fahren. Jetzt hier wieder ein bisschen zu weit rechts rüber. Ich erinnere mich, dass es ein bisschen zu kurz gekommen war. Beim Rapsdreschen. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut so, den Verbund. Das hat auch sehr gut funktioniert mit dem Feld. Ich bin begeistert. Und das nach wie vor mit einem nicht perfekt eingerichteten Core Spray. Wir hatten nur einen Core Spray Abfahrer, der hier wirklich richtig aktiv geholfen hat. Das war hier der Überladewagen eben. Nicht, dass er auf den letzten Metern noch stehen bleibt hier. Aber eins ist mal sicher, das passt nicht alles vorne in den Transporter rein da. Der ist nämlich auch schon so viel voll. Und dann müssen wir erstmal im großen Stil rüber fahren. So, wir müssen den Dreschern aber natürlich noch was wieder sagen, die hier schon sind, dass sie nicht wieder zurück fahren sollen. Das praktische ist aber, der John Deere kommt zurück. Und dann schon die hier noch. Stellen wir auch noch schön hier hin. Machen wir aber schon mal Licht aus. Wir haben jetzt eh erstmal ein bisschen Pause. Vielleicht überlege ich mir doch noch für morgen noch ein bisschen Sand und Kies einmal anzuschaufeln. Also eine Ladung Diesel irgendwie. Obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob wir Diesel haben. Oder ob wir alles schon irgendwo verbraucht hatten. Wir hätten Diesel. Das ist so ärgerlich, dass dann 38.000 sind. Und wo ist unser Fass? Steht das wieder im Hof hier schön? Oder haben wir das noch irgendwo aktiv unterwegs? Da ist nix. Dann müsste das ja noch irgendwo aktiv unterwegs sein, oder? Dat Fortuna. Achso, ich wollte auch nochmal testen. Fällt mir gerade ein, ob auch die andere Seite funktioniert. Weil ich hörte eher das Problem liegt auf der anderen Seite. Aber warte mal, wir gucken mal kurz. So. Also der Trailer ist an der gleichen Seite. Man sieht diesen Füllrohr. Es müsste genauso funktionieren wie auf dieser Seite beim Rinderstall. Ich selbst habe es aber noch nicht getestet. Also ohne Gewehr. Da ist er. Das war der, den wir brüchten. Um Diesel zu transportieren. Milch ist raus. Das ist Platz für Diesel. Damit wir wieder Sand und Kies herstellen. Es kommt eh erstmal morgen. Dicher Nebel. Der ist nicht gut. Es ist zu feucht jetzt. Getreide. Und wir könnten 50.000 Liter Diesel. Ach, das wird ja eh nix, oder? Ich überlege gerade. Eigentlich macht das ja Kettesinn, ne? Die müssen ja alle in die Richtung. Aber das wird eh nix. Also wir machen das so. Vielleicht kriegen wir dann ja noch ein bisschen mehr raus. Wir werden jetzt also... Heute fahre ich jetzt noch hin. Morgen fahren wir also erstmal Diesel. Zum Kies- und Sandwerk. Versuchen dann nochmal ein bisschen Kies und Sand herzustellen. Ich weiß nicht. Kann sein, dass es alles nicht reicht. Aber dann wird es für das nächste Mal reichen. Das ist dann eben so. Ich werde dann auch die Zeit danach ein bisschen beschleunigen. Damit ein bisschen was zusammenkommt. So kommen wir ja ein bisschen... Cheatmen in Anführungsstrichen. Nicht wirklich. Es ist nur... Sich einen kleinen Vorteil verschaffen. Damit wir nicht so lange warten müssen. Und bevor wir denn da sind mit Trailern und so. Dürfte sich da schon wieder ein paar tausend Sand und ein paar... Eher ein paar tausend Kies angesammelt haben. Guck mal hier. Hopfen ist auch erntereif. Guck mal hier. Danach müssen wir erstmal die ganzen Raps-Trailer ausleeren. Den fahren wir da jetzt hin. Und dann war es das für heute liebe Leute. Der kann hier jetzt schön voll gemacht werden. Bis dann morgen voll. Und starten wir morgen wieder mit dem hier. Richtung Kieswerk. Eine Menge Diesel haben wir dann da hinzugeben. Hier nochmal kurz gucken. Leerpaletten sind da. Dingspaletten sind da. Wie ist denn hier die Anzeige überhaupt? Ja. Alles gut. Wir brauchen auf jeden Fall Raps und Sonnenblumen ohne Ende. Ich würde sagen danke euch fürs Zuschauen. Hoffe die zweite Folge heute hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat natürlich gerne das zeigen. Indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Würde mich freuen. Danke euch für eure Unterstützung. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zweite Folge. Ich bin vielleicht verwirrt. Das ist schon für Dienstag. Das ist, wenn man irgendwie so eine lange Aufnahmesearche macht. Sorry Leute. Wie soll mein Smash? Wie vorgestern schon gesagt. Bis dann.